Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Skywars zusammen mit dem Epic Stun. Hallo! Ja moin! Und zwar haben wir heute natürlich mal wieder eine neue Challenge am Start, wie auch sonst. Und zwar gehen wir hier dazu gleich mal auf die Map Aquarius in der Teamvariante auf dem Hypixel-Server. Und ganz wichtig, wir müssen dazu diese Map auswählen und das geht auch zu zweit am besten. Wir haben es ja noch nicht wirklich ausprobiert, aber auf jeden Fall habe ich jetzt das Skardian-Kit hier. Das hat Obsidian und der Epic Stun, der nimmt das TNT-Kit. Genau, ja. Und ja, so sieht die Map aus, da habe ich schon mal eine Challenge drauf aufgenommen. Und übrigens, falls ihr mehr davon sehen wollt, von solchen Challenges, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, wir gehen gleich mal in die Mitte, Epic. Ja, alles klar. Und dann erkläre ich dir mal, was wir machen. So, okay, eine Sekunde, geht's los. So, und hier sind noch ein paar andere Sachen im Kit dabei, brauchen wir nicht unbedingt. Und wir brauchen auch nicht so viele Items, ist das Gute. Außer ein paar Blöcke, vielleicht. Und so, das war's auch schon. So, dann nochmal ganz kurz Schuhe. Oh, du hast schon einen gekillt. Ja, klar. Nice. Achso, mit, warte, nein, 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 ach, oh Gott. Ja, das ist, ach du Scheiße, das ist immer so am Anfang. Und kann ich den vielleicht, ja, den ersten habe ich schon direkt runtergeschmissen. Und wie bin ich gestorben? Hä? Wo ist der, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, what the fuck, was sagt das denn? Okay, da geht's auch schon gleich weiter. So, du lootest jetzt diese Kiste, okay, perfekt. Ja. Und wir brauchen nur ein paar Blöcke. So, ein bisschen Rüstung habe ich jetzt auch schon mal. Hier nochmal. Okay, eine Dreiviertel-Dia. So, und dann kommen wir auch schon direkt zu der Mitte. Hast du ein paar Blöcke vielleicht zufällig, oder? Ja, ja, ich hab 20. Warte, warte mal. Die wollen uns doch irgendwie runterschmeißen. So, komm, den schmeißen wir gleich mal runter. Und ja, einen habe ich schon mal. Und da kommt jetzt der Nächste an. Und ja, komm, den schieße ich mal so um. Und komm, bitte. Okay, das reicht nicht ganz. Ja, dann nochmal. Okay, sehr, sehr schön. So, warte mal, dann kann ich den vielleicht noch töten. Und ja, doch nicht. Doch, der ist zurückgebackt. Okay, der hat aber, was, der hat so wenig Leben. Komm, den muss ich jetzt noch einmal treffen. Ja, warte ganz kurz. Ich hole mir, ich hole mir seine Items. Ja. Und dann können wir das gleich mal machen in der Mitte. So, und nee, der kommt, ah fuck, da kommt der, da kommt der Nächste schon direkt. Aber komm, auf den geh ich mal drauf. Ich hoffe, der hat nicht so gute Rüstung. Doch, jetzt auf einmal schon irgendwie. Und ja, den habe ich. So, okay, dann ganz kurz mal, dann kann ich dir auch ein paar Sachen geben. Ja. So, okay, und wir müssen jetzt am besten mal, warte, das mache ich, okay, jetzt schon mal. So, hier, zieh das mal an. Wir müssen jetzt gleich mal, da vorne ist wieder einer, der sogar, alter, da hat mir so viel abgezogen. Da hat, glaube ich, Stärke genommen. Okay, wir müssen jetzt, ja, lass mal, soll mal den killen. Okay, du musst mir ein bisschen helfen. So, okay, ganz kurz. Warte da, alter, da hat's. Ja, auch schon ein bisschen bessere Rüstung. Komm, den können wir uns auch noch ganz kurz holen. Und ja, ja, okay, nice. Sehr gut. So, da hast du auch ein paar Rüstungsteile jetzt, kann ich dir gleich mal geben. Warte, hier liegen noch welche. Ja, ich zieh die ganz kurz mal an. Und da kommt auch schon, ach du Scheiße, der Nächste. So, ganz kurz nochmal, ähm, Regeneration nehmen. Und wir haben schon die Runde gewonnen. Ach du Scheiße, fünf Kills einfach mal. Okay, wir kommen gar nicht zur Challenge, aber mal schauen, ob die jetzt vielleicht in der nächsten Runde klappt. Jetzt geht's wieder gleich weiter. In der nächsten Runde ganz kurz die Kiste looten. Und okay, ich hab dir jetzt ein bisschen Sachen weggenommen. Du kannst mal die Kiste da unten nehmen. Und ich hab aber schon Blöcke, ganz ehrlich, diesmal, wir gehen nicht auf die Spieler. Sonst, ja, gewinnen wir am Ende die Runde noch oder verlieren direkt. Sondern einfach nur ganz kurz, genau, einfach eher nach unten. So, wir gehen jetzt nämlich. Und alter, da ist jemand in der Mitte, der jetzt runtergeflogen ist. Ach, what the fuck. Okay, wir gehen jetzt hier hin. Wir machen jetzt direkt den Block weg, okay. So, und dann, warte mal, wir nehmen, da ist einer. Okay, wir gehen direkt runter. So, wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen. Das kann man an allen vier Seiten wirklich der Map machen. Und, so, hier haben wir jetzt so eine kleine, wir bauen uns so eine kleine TNT Base auf. Und, warte, ganz kurz mal. Ja. Wir haben nicht mehr allzu viel Block. Ich platziere einfach mal das TNT. Hier so, dreimal drei würde ich sagen. Warte, das baue ich kurz ab. So, hier einfach mal dreimal drei. Ne, ne, warte, nicht den Block. So am besten, okay. Hier auf dem Block oben. So, genau, und dann einfach noch, genau, da hin. Warte. Okay, so, und dann noch in die Mitte ein. So, einfach mal überall. So, okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ähm, ich habe Obsidianen dabei. Und zwar hat leider nur sechs Stück. Also, eigentlich muss man das Obsidianen-Kit nicht mitnehmen. Und das ist auch keine so besondere... Fuck, reichen die... Shit, reichen die Blöcke irgendwie? Beziehungsweise reicht es... Ich habe nur sechs Obsidianen, ne? Fuck, dann, warte, wir bauen die zwei erstmal wieder ab. Und ich habe das jetzt verloren. Shit. Egal, ist jetzt aber auch mal egal. So, wir bauen uns jetzt hier... Hast du auch noch ein paar Blöcke am Start? Ja, ja. Okay, kannst du mir die geben? Ähm, okay, thanks. Ja. Oh, danke, ja, das sind noch auf jeden Fall mal ein paar. So, wir bauen extra Obsidianen hier oben drüber, dass man... Weil viele Leute dann, ja, TNT runterwerfen. Und das schützt natürlich uns davor, dass man wirklich... Also, dass wir nicht explodieren können. Und hast du auch noch ein Feuer... Lol! Was war das denn? Alter, da ist einer auf uns runtergesprungen. What the fuck, Alter? Oh, shit. Okay, ähm, ich gebe dir noch einen Helm und eine Hose. Hast du ein Feuerzeug? Ja, du müsstest eins haben, oder? Äh, nein. Äh, ich habe Redstone-Blöcke. Wir können das TNT dann anzünden. Extra das Obsidian, wie gesagt, darüber, dass man nicht TNT auf uns runterwerfen kann. Also, dass wir mit dem TNT mit explodieren. Und das ist zwar keine richtige Challenge. Also, mal schauen, ob wir dadurch doch einen töten können. Aber wir weichen einfach mal... Hast du noch ein paar Blöcke auf so einem Weg hier aus? Nee, ich habe leider keine mehr. Okay, ah, shit. Dann, ja, dann wir warten mal ab, ob die runterkommen. Und du hast einen... Hast du noch einen Redstone-Block, oder? Ja, ich kann dir ein paar geben, wenn du willst. Oh, danke, danke. Bisschen alle. Okay, und warte, wir zünden dann einfach mal hier... Also, wenn wir hier den Redstone-Block dransetzen, müsste das TNT explodieren, oder was? Genau, ja, müsste klappen. Oh, shit. Okay, aber das ist ein letztes Team da. Oh, shit. Ja, komm, mal schauen, wer dann als Letzter sich hier unten überlebt. Also, ich denke mal... Ja, ich hoffe mal, wir, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen mehr Blöcke haben, aber die kommen auch nicht wirklich runter. Wissen die, wo wir sind? Ich glaube nicht. Wo sind die denn? Die sind ja hinten an der Kante, ne? Echt? Nee, ich sehe die nicht. Hier vorne sehe ich den Namen auf jeden Fall. Ja, das sind die beiden, da oben. Ah, ja, ja, klar. Jetzt sehe ich sie auch. Nein, ich habe alle Redstone-Block hier hingesetzt. Nein. Alter, ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie farb. Oh, die schießen. Oh Gott. Nein, du bist... Ja. Oh shit. Oh mein Gott. Das war schon mal echt mega fail. Ja, wow. TNT. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Die Kisten wurden nochmal aufgefüllt. Und ja, jetzt kann ich das TNT noch nicht mal anzünden, ne? Naja, shit. Ähm, ja, nice. Der schaut auch auf irgendwie auf meine Base. Aber es... Ja, was soll ich jetzt machen? Meinst du, das TNT bekomme ich irgendwie, indem ich das abbaue? Und nee, das habe ich nicht bekommen. Das hier vielleicht. Ja, ich habe es. Der kommt jetzt. Deswegen ist es Obsidian gut. Und das sind... Oh shit. Jetzt kommt's. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Es ist alles explodiert. Es ist... Es ist... Warte mal. Ist es Obsidian mit explodiert? Nee, ich glaube nicht. Ach du Scheiße. So, wir bauen jetzt wieder ganz simpel die Base. Und ja, du kannst ihn einen Block mal abbauen kurz. Ja. Und ja, ganz kurz. Dann mache ich hier auch. Warte, dann schütze ich das mal so ein kleines bisschen. Eigentlich darf man das nur von oben nicht sehen. Es muss halt irgendein Spieler mal einfach runterkommen zu uns. Und was macht er? Der kommt runter. Und was macht er? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wir hoffen einfach mal, dass jemand runter geht mit Wasser. Das geht dann auch ein bisschen länger. Und dann können wir den auch so mit töten. Shit. Okay, da ist jemand. So ganz... Ich weiß nicht. So ganz kurz. Ja, der hat weniger Leben. Den kann ich vielleicht holen. Und ja, den hole ich mir. Und ich habe ihn. Ach du Scheiße. Und der hat... Ja, der hat auch ein bisschen bessere Rüstung. Aber den kann ich auch noch holen. Den habe ich auch bekommen. Okay. Dann ganz kurz hier. Da ist nochmal jemand. Und der... Nein. Der hat gerade mit einer schlechten Rüstung holt mich jetzt nicht ernsthaft. Hört sich jemand drunter. Warte. Zünd es jetzt an. Zünd es jetzt an. Zünd es jetzt an. Okay. Ist gezündet. Ist gezündet. Okay, komm hier drüber. Komm hier drüber. Komm hier drüber. Oh shit. Oh. Er fällt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Oh mein Gott. Wie random war das denn? Wir waren noch nicht mal ganz fertig. Und ich wurde wieder gefangen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das war so random. Also man hat gesehen, mit Wasser geht es. Also es war noch nicht mal Obsidian drüber. Gar nichts. Wirklich. Und wir haben... Ach du Scheiße. Ich habe gerade eben erst die Aufnahme gestartet. Also es war echt schon ziemlich random. Aber es hat immerhin einmal geklappt. Also man hat gesehen. Es funktioniert auf jeden Fall. Und das Wasser fließt jetzt auch langsam ab. Es gibt natürlich immer so Challenges. Natürlich klar. Das geht dann leicht. Wirklich das in Minecraft umzusetzen. Zu bauen. Aber es muss halt wirklich ein Spieler dann mal auch da reinfliegen. In die Falle sozusagen. Und so. Da oben ist jetzt jemand. Und ja. Ich spiele die Runde jetzt einfach mal zu Ende. Unter hier ist einer. Unter mir? Der ist nicht gestorben? Ich weiß nicht. Doch. Der ist doch gestorben. Aber da ist noch einer. Der ist irgendwie da reinge... Ach du. Der wird jetzt aber gleich sterben. Das ist jetzt... Ja. Jetzt ist er tot. Oh mein Gott. Was war das denn? Der ist da irgendwie reingeflogen. Dann keine Ahnung. Und jetzt leben noch zwei unterschiedliche Teams. Und mal schauen. So. Wie wir noch damit die Runde gewinnen können. Ich habe jetzt halt gar keinen Team Tee mehr. Oh shit. Oh shit. Fuck. Ich kann mich so abschießen. Er kommt in der Enderperle. Kommt der? Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Ach du scheiße. Was? Oh mein Gott. Was? Pass auf. Der kommt aber gleich wieder. Er schießt mich wieder ab. Er schießt erstmal deine Skelette ab. Und dann zogen. Ach so. Okay. Er hat nochmal eine Enderperle. Oh shit. Und es reicht. Ach du scheiße. Okay Leute. Wir haben damit sogar mal eine Runde gewonnen. Und zwar nicht mit dem TNT. Es hat aber immerhin einmal geklappt. Das war es jetzt erstmal so zu diesen paar Runden. Sky Wars liebe Freunde. Falls es euch gefallen hat. Lasst gerne mal eine positive Bewertung. Falls ihr mehr von Sky Wars Challenges sehen wollt. Auch ein Abo. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja. Das war es zu diesem Video. Checkt natürlich auch noch FX-Stan aus. Und alle anderen Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns ansonsten morgen wieder im neuen Video. Haut rein. Und tschau. Tschüss.